Gehen wir mal wieder hier raus. Ich glaube, da ging es zum Theater. Oder? Ja, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Aber über einen Parkplatz kann man da nur hin. Also auf zum Parkplatz. Wie viele Muni haben wir jetzt eigentlich? Also für die Rum machen wir mal 30 Kugeln. Für die Pumpe, die lade ich mal nach, immer 21. Sicher ist sicher. Was gibt es denn hier auf eines? Eine Speicherdisc. So verhalten sie sich bei richtiger Feuer. Erdbeben, Überfall durch Außerirdische. Waaat? Und kein Rettungsplan vom Monster? Hey. Was sind das für alte Fotos? Klasse. Friedman. Kein bisschen älter geworden. Das ist sehr seltsam. Ich meine, so viele Fotos. Alles Absch... Wahrscheinlich Abschlussfotos. Fünf Millionen davon und überall ist Friedman drauf. Ey, wie... Ich meine, der sieht steinalt aus. Warte mal, da hat was geblinkt. Jawohl, Klebeband. Wenn wir jetzt auch noch eine Karte für den Bereich hätten. Die Statue scheint so alt zu sein wie die Schule. Ich hab mit Monstern zu klappen. Nicht auf der Treppe. Warten wir mal. Hallo! Mistwiescher. Da unten leuchtet was. Da ist Munition. Und für die Pumpe immer wieder. Geil. Und es geht weiter. Ein Filmprojektor mit einer Filmrolle. Hm, da könnten wir doch unseren neu gewonnenen Film verwenden. Die Leinwand muss runter. Sonst wird's nichts mit dem Film. Okay. Also müssen wir erstmal irgendwie die Leinwand da unten hinbekommen. Na, das wird ja spaßig. Die kleinen Mistwiescher liegen da immer noch rum. Oh, geil. Und immer dieses schöne dunkle Flair hier. Aber was ist normal an diesem Hauchspiel? Ja, ein Feuerwehrschlauch. Vielleicht können wir die Viecher ein bisschen damit abspritzen. Okay, ich bin bereit, was auch immer kommt. Hier ist das zu still. Ich mach's. Lass uns zusammenbleiben. Okay. Okay. Schloss geknackt. Oh, was ist das? Oh, nur meine Katze. Oh, die Mieze. Die kommt gerade recht hier. Ach, da haben wir da. Da haben wir da. Nix. Da haben wir Boxen. Na, hier haben wir einen Pult. Test 1. Test 2. Mikrocheck. Test 1. Test 2. Yo. Kein Energydrink. Ne. Unkleidig. Wand. Ich mach's. Ja, man. Pult. Vor allem, können wir damit? Jawohl. Moment, da unten. Da blinkt etwas. Das holen wir uns. Das holen wir uns auf jeden Fall. Das ist ein schönes Brett. Das sieht aus wie ein Brett auf jeden Fall. Was ist das? Ein Brett. Und das ist keine Waffe. Das ist ein Item, das wir benötigen. Okay, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Natürlich mit gezogener Waffe. Jetzt können wir mit der Pumpe ein bisschen mehr rumspielen. Da oben, da liegt was. Das ist Klebeband. Da liegt ein Verbandskasten. Ja, ich lass meine Deckung wieder fallen. Aber ich glaube nicht, dass was. Der Raum hier. Ein bisschen zu groß ist. Hier ist nichts. Okay, also die Leinwand haben wir unten. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück. Aber erst mal gucken wir uns die Türen an. Hm. Haben wir eine... Ne, wir haben keine Karte vom Amphitheater. Das ist schlecht. Okay, was haben wir hier drin? Munition für die Pistole. Das hier ist ein Aufzug. Sicherheit deaktiviert. Sicherheit deaktiviert. Aufzug. Benutzung des Lifts. Aktivieren Sie für Ihre eigene Sicherheit die Sicherung nach der Ben... Die Sicherung nach Benutzung des Lifts. Das bringt nichts. Die Falsche dort oben ist verschlossen. Sicherheit... Moment. Sicherheit deaktiviert. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Das kriege ich hin. Okay, gucken wir mal, was da drin ist. Munition. Für die Pumpe, wie immer. Das heißt, wir müssen hier... Die Tür ist von innen verschlossen. Was haben wir hier noch? Josh, ist hier noch was? Hier gibt es nichts mehr für uns. Okay. Wir haben noch eine Tür. Und wir sind wieder vorne. Also gut, gucken wir uns zuallererst mal den Film an. Jetzt weiß ich, wofür diese Sicherung das ist. Gucken wir mal, was hier noch ist. Hier ist nichts mehr. Ach, das ist... Die eine Tür zum... Links da. Zum Empfang. Okay, gehen wir wieder hoch. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Schauen wir uns mal diesen Film an. Der könnte interessant sein. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal... Auf jeden Fall schon mal, Friedman ist... Verantwortlich für das Verschwinden von Schülern. Und... Er sucht nach ewigem Leben und hat mit irgendeiner Pflanze rumgespielt. Wir wissen noch mal, was da drin ist. Das ist ein paar Dinge. Aber jetzt weiß ich, auch mal was. Das ist mir cool. Das ist mir echt... Der ist mir egal. Das ist mir egal. Das war's. Das ist krank. Also hat er... Die Pflanze scheint also der Schüsse für ihn zum Leben zu sein und die Schüler waren Versuchskaninchen. Das habe ich schon vorgedacht. Der Film bestätigt alles. Okay, so mal diese Falltür. Dann ist dieser Aufzug auf jeden Fall dafür notwendig. Also gehen wir zu diesem Aufzug. So. Hier lang. Hier gibt's nix mehr. Ich will durch die Tür eigentlich. Sicherung deaktiviert. Jetzt können wir den Aufzug benutzen. Ich würde mal auch sagen, wir speichern mal wieder. Drei Disks haben wir nämlich. Das klicken wir mal schief. Ja. Alles klar, Mann. Das wäre erledigt. Ich brauche etwas, um die Gitter offen zu halten. Ah, ja. Dafür brauchen wir wohl dieses Brett. Okay. Und was haben wir denn hier? Äh. Ja. Das sieht ja mal geil aus. Das Ding hat ein Energy Drink für uns da. Komm schon. Auf jeden Fall. Die große Hand sieht nicht besonders... ...schwach aus. Äh. Ja, super. Der schützt sich mit seiner Hand. Kann man das Ziel wechseln? Nee, wird sein... Komm. Jawohl. Autsch. Äh. Der hat mir aber jetzt ordentlich zugesetzt. Ja, sehr gut sogar. Wow. Also gut. Während er die Hand vorne hat, Josh verschwindet nach hinten. Jetzt... Äh. Ja, du bleibst genau hier stehen und hältst... Oh, scheiße. Jetzt brauche ich aber dringend einen Verbandskasten. Puh, jetzt aber. Ah, Kacke. Ich sag... Okay. Also langsam brauche ich eine Strategie gegen das Fee. Ich muss... ...mit der... ...mit dem Lightboost nah genug rangehen. Und dann ist das Fee auf jeden Fall kurz abgelenkt. Der Kopf ist freund. Ich kann ballern. Autsch. Der hat gesessen. Aua. Mann, zwei Pflege und... Ich hasse diese Dinger jetzt schon. Mann. Ah, ekelhaft, ey. Moment, jetzt machen wir den Energy Drink. Ich hab mich niemals besser gemacht. Ah, wie sieht's mit Muni aus? Muss das Ding nachgeladen werden? Ja, toll. Ja, muss nachgeladen werden. Ähm. Ich hab dir die Götze ausgemacht. Die Musik gefällt mir aber irgendwie zu dem Ding. Ich weiß nicht, wie so, aber... Das ist mit Sicherheit die Abschuldkummer für die Theaterwerkstatt. Ja, ich will den Energy Drink. Ähm... Au. Autsch. Stopp. Was zum Teufel ist das? Ich will's nicht wissen, aber es ist ekelhaft. Erzählt euch mal da rein, wie riesig dieses scheiß Ding ist. Ähm, so. Nö. Na gut, ich bleib hier. Schön, ich bleib hier. Okay, ich bleib hier. Na los. Ja, wollt schon sagen. Kollege, du kommst mit. Ähm... Jetzt ist aber eine gute Gelegenheit, mal wieder die Sicherung zu aktivieren. Sicherheit aktiviert lassen. Und so kann die jetzt nicht mehr bewegt werden. Ähm... Wie viele speichert es? Das haben wir zwei Stück sehr. Da kommen wir jetzt nach unten. Ah, die Mädels sind auch jetzt gekommen. Oh, das ist nicht gut. Scheiße. Ich hab noch... Super. Mist, jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Ist ja perfekt. Munition für die Pistole. Eine neue Taschenlampe. Das ist sehr gut, falls wir noch eine neue Wumme bekommen. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und eine Speicherdisc. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay. Ashley könnten wir vielleicht mal heilen jetzt. Den ganzen Erste-Hilfe-Kästen. Okay, los geht's. Ich bin direkt hinter dir. Ähm... Machen wir die Kästen da, komm mal. Ja, zwei Stücke aber... Stan heilen. Ja, ich fühl mich toll. Vielen Dank. Okay, ich geh mit dir. Los geht's. Okay. Aber ich würd mal sagen... Je nachdem, ob wir sind. Wir sind irgendwo... ...unterhalb des Verwaltungsgewerdes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das ein Riesenkeller hier sein. Und da war wieder jede Menge Speicherdiscs haben. Nämlich drei Stück speichern wir mal. Und wir gucken mal... Kai. Boah, ein bisschen können wir auch noch ein bisschen... Gehen wir mal hier durch. Jetzt bin ich von was uns hier drin erwartet. Auf jeden Fall nicht. Was ist das hier bloß? Ein kranker Keller auf jeden Fall. Oh Mann, da muss jetzt was kommen, ey. Dieser Gang ist mir zu ruhig. Oh, da kommt was, da kommt was. Oh, Scheiße. Stirb. Stirb doch. Okay, ich bin zwar nicht so ein Meisterhalter wie Fan, aber wir halten mal Josh. Ja, da haben wir einen Energydrink. Den holen wir uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, wir gucken mal, was hier so ist. Oh Mann, diese Sch***. Super. Das haben wir echt geile Stimmung. Muss ich sagen. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, hier gibt's nichts. Ah, wir brauchen uns nicht auf. Wir brauchen uns hier festzulegen. Eine Karte von dem Gebiet wäre super. Aha. Oh ja, sieht sehr geil aus. Was haben wir da? Wenn du diesen Brief ließ, wurde es wahrscheinlich von Herbert Friedman eingesperrt. So wie ich. Ich komme hier nicht heraus, aber vielleicht hast du mehr Glück. Ich werde wohl schon bald als Versuchskaninchen enden, wie all die anderen Schüler. Wenn du wirklich herauskommst, findest du alle Beweise, die Friedman zu Fall bringen, in einem versteckten, safe im Studentenwohnheim. Suche nach... Wo nach... Wo nach... Den Käfig muss man verschieben. Gut. Was auf jeden Fall haben wir da was schönes. Wofür ich so einen Hebel? Ach, ne, nicht noch wieder. Ja, genau, verrecke. Äh. Du sollst verrecken und nicht mutieren. Ach, nö. Ach, du Scheiße. Stirb. Komm schon. Josh, zurück. Boah. Drecksvieh. Was da war hier drin, aber. Eine Leuchtgranate, na super. Also, die kann uns schon auf jeden Fall gut helfen. Mann. Dat war heftig, ey. Okay, jetzt nix. Nein. Vielen Dank.